Der frühere Bürgermeister von New York, Rudy Giuliani, wird das Anwaltsteam von US-Präsident Donald Trump verstärken. Giuliani wird damit einer von mehreren Rechtsanwälten, die den US-Präsidenten in der Russland-Affäre vertreten. FBI-Sonderermittler Robert Mueller untersucht, ob Russland sich in die Präsidentschaftswahl 2016 eingemischt hat und ob das Tramplager darin verwickelt war. Im Präsidentschaftswahlkampf war Giuliani als einer der stärksten Unterstützer von Donald Trump aufgetreten. Bei der Vergabe der Ministerposten war er leer ausgegangen.